Hallo, mein Name ist Christoph Ostler, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Agentur Connected Reality. Wir sind spezialisiert auf die Themen Virtual Reality und Augmented Reality. Ich möchte euch heute etwas über unser neues Produkt erzählen, das heißt XR Interactive. Was ist das? Wir haben tagtäglich ja mit digitalen Meetings, Online Events zu tun, weil so ist es mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, wie Unternehmen letztendlich zum einen kommunizieren können mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern und vor allem aber auch hier die Produkte und Leistungen und Angebote darzustellen. Viel mehr Möglichkeiten haben wir im Grunde genommen im Moment, dadurch, dass keine Präsenzveranstaltungen mehr sind, die man eben umsetzen kann. Üblicherweise nutzt man ja heutzutage Zoom, Teams, Webex, Skype und so weiter, aber all diese Formate haben Riesenprobleme in der Interaktion. Das heißt, es ist mehr oder weniger ein ziemlicher Monologen, Austausch, Dialog. Ja, eine Interaktivität findet im Grunde genommen nicht statt und da wollen wir eben XR Interactive ansetzen. XR Interactive ist ein Tool, was man in all diese Formate ganz einfach andocken kann. Im Grunde genommen braucht der Teilnehmer entweder seinen PC oder sein Laptop, was er vor sich hat oder sein Smartphone und damit kann er schon mit unserem Tool interagieren. Wir machen es möglich, dass man mit dem Handy zusammen zum Beispiel in ein Unternehmen eintauchen kann, dass man Produkte vor sich hinstellen kann, virtuell mit diesen interagieren, andere Erlebnisse in der Darstellung von Prozessen hat, dass ich da mir Zusatzinformationen holen kann. Und wie gesagt, diese Interaktion ist ein ganz wichtiges Tool. Idealerweise beginnt es vielleicht sogar schon bei der Einladung der Teilnehmer. Ich verschicke hier so eine Cardboardbrille an meine Teilnehmer, die scanne den QR-Code ganz einfach ein, packen ihr Handy, stecken das hier vorne rein und schon werde ich vielleicht persönlich durch den CEO eingeladen und ich habe schon mal eine kleine Weitwärtsführung, wie auch immer. Und dieses Tool kann ich natürlich dann auch nutzen während der Veranstaltung, dass ich immer wieder darauf verweise und sage, okay, hier haben wir unser Produkt, den Best Practice, taucht doch mal ein, schau es dir an. Was wir letztendlich erzielen, ist mehr Information, mehr Spaß, sicherlich auch mit Unterhaltung, Gamification-Elementen mit dazu, aber es bleibt am Ende des Tages hoffentlich mehr hängen bei den Teilnehmern. Es findet eben dann mehr Kommunikation statt und was für die Unternehmen also wichtig ist, dass sie eben Leads generieren. Schaut euch das Ganze einfach an auf unserer Webseite www.connected-reality.com slash xrinteractive oder schreibt mir eine Mail an info at connected-reality.com und wir schicken euch den Zugang, wo ihr euch selber mal ein bisschen rumschauen könnt, ein bisschen testen könnt und verschiedene Szenarien und Räume eben mit Smartphone, Carpods oder aber auch mit dem Laptop erleben könnt. Viel Spaß dabei!